Wenn ich die Dienstkleidung trage, dann fühle ich mich schon etwas anders. Wenn ich am Patientenbett arbeite und ich und der Patient so gut verstehe, dann fühle ich mich auch schon auf mich ein bisschen stolz. In meiner Kultur heißt es so, wenn man für jemandem Gutes tut, kriegt man das irgendwann wieder zurück, dass wenn man jemandem hilft, wird man, wenn man in Schwierigkeiten ist, dann auch Hilfe bekommen. Also es ist so, wenn man gibt, dann kriegt man zurück.